Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge Rambo Six Six Stitch Schlimmer als der Yugi, ey. Schlimmer als der Yugi. Ja. Ach guck mal, das ist wieder die Map, den fresset ihr wieder in den einen Raum. Okay. Ja, die sind glaube ich oben, da wo wir auch vorhin zuletzt waren. Nein! Scheiße! Die sind oben, da wo wir vorhin auch waren. Und einer lurkt. Aber nice. Passt Deutsche hier? Wenn ja, passt auf Lurker auf. Einen Anstrengen will selber gemerkt, dass das nicht so sicher. Alter, deswegen musst du mich nicht gleich anschreien. Alter, die Kamera ist schon kaputt, man. Da braucht ja niemand drauf schießen. Devil, bevor du irgendwas kaputt machst, lass mich da rein fusen. 700.. Fuck! Ja, Debbie, warte, ich komme. Halte die Wunde. Das war so fucking schlau. So, ich habe sehr viele geinjured. Mama kaputt, Sebi. Was hab ich nicht getroffen? Nein, rennen wir doch nicht in den Schuss, Mann. Wer ist? Nein, der eine ist komisch, jetzt hör mal. Ei! Hey! Wo? Hey, wo ist der? Der ist hinter euch, ihr... Oh no! Super! 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 Shut up little kid! Hier ist leid! Hier ist leert, 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 leert! Du musst einfach gehen, Mann! Halt mal! Das ist ein Laser-Pointer! Die Zeit ist auf Null! Hm... Hä? Äh, Angli sollte vorbei sein, oder? Ja! Ja! Oh! 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 Der Gegner hat die Uritalienbehälter lokalisiert. Oh, fast hätte ich das Ding kaputt gemacht. Oh, ich bin der beste Schütze ever, ey. Oh, der Gegner hat die Uritalienbehälter lokalisiert. Alter! Wollt ihr mich verarschen?! Ich bin allein in den Raum! Ne, Sebi, ich bin auch noch da. Wer guckt? Hallo, Sebi! Hi! Tschau, Sebi! Nein! Nice, Sebi! Er hat mich gedütet. Den Bio-Gefahr-Rufs-Behälter beschützen. Den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahr-Rufs-Behälter abhalten. Die Gegner sichern den Bio-Gefahr-Rufs-Behälter. Ein Operator für eigenen Druck zum Land. Ey, Leute, ganz ehrlich. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahr-Rufs-Behälter verhindern. Die Gegner sichern den Bio-Gefahr-Rufs-Behälter. Ein Operator für eigenen Druck zum Land. Ey, Leute, ganz ehrlich. Oh, f***ing noob. Oh, f***ing noob. Hey! Alter, ich kicke. Ich lasse ihn kicken. Wer ist das? Genau. Wer ist das kleine Kind? Das kleine Kind ist ein kleine Kind. Ich will es. Komm. Überrauswurf abstimmen, komm. Komm. Debbie, komm, helf mir. Stimm ab, den rauszuschmeißen. Ich weiß ihn wo. Doch, du gehst jetzt hier rechts. Und dann drückst du auf seinen Namen mit der Maus. Hallo, warum geht das nicht? Ah, nicht mit der Maus. Mit dem Pfeiltasten runter, denn auf Wanted Carrot. Der geht's auf und dann steht da über... Überrauswurf abstimmen. Super. Rauswurf abstimmen. Ja, mit den Fighters. Nice. Hab ich. Go kick this f***ing little kid. Vielleicht? Die gehen mir auf den Pes... Ja, lol. Ja, lol. Ja, lol. Die Drohne ist aktiviert. Die Drohne ist aktiviert. Die Drohne ist aktiv. Los. Oh! Boah! Boah! Ich fahre rein mit der Drohne. Ist jemand da? Warte. Ja, da ist jemand. Ah, da! Durch den Loch! Ich bin tot, ich bin tot! Alter! Hallo? Ach, der Raum ist das. Scheiße, ey! Ich kann nichts machen. Das ist schlimm, hinterher. Nice! Läuft! Die haben ein Haunted System. loll der ist eine tür nice und diesmal bleibe ich in den raum ja er ist der letzte und am wenigsten punkten ja und er ist auch mit einer der nur zwei der feind verlinkt und er hat rechts gekocht sogar ich habe mehr punkte als ich um zwei hunden aber jetzt haben wir diesen schweiß raum das ist keine gute daraus zu gucken was hallo guys die gegner haben den gefahrgut behälter totalisiert danke eigentlich hätten wir hier Karsti gebraucht und ich bin jetzt hier alleine im raum? nice eigentlich ist es mir zu gefährlich hier zu sitzen abwoll Nix ist hier mit Fusen, Junge Nix ist hier mit Fusen, Junge Nix ist hier mit Fusen Nix ist hier mit Fusen Uh, ich liebe noch Ein Grund na scheiße der hat der hat kaum noch leben die hat kaum noch leben einmal mit der schrotze an und der ist da und er hat nur leicht und die ist da und naja Ah, hab ich zuviel versprochen. Ja, die erste Runde. Oh, Matchballverlängerung. Oh, nochmal wieder verteidigen. Da fährt sich's meinen anderen Raum und die Ersch hat sich sehr dumm angestellt. Seitdem du hast gesagt, er ist eher... Sollen wir ihn kicken, er ist leise, gell? Hä? Seitdem du hast gesagt, sollen wir ihn kicken, er ist... Seit diesem Moment ist er leise geworden. Ja, ja. Man muss nur drohen. Hehehe. Ich hoffe nicht. Nein, dieser Raum. Oh, ne ne ne. Matchball. Ja. Don't reinforce Wanderkost. Nooo. Okay. Doc, don't reinforce. Doc, don't, 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 no, thanks, thanks. Ja. Ich... bist du bescheuert. Ist dein fucking ernst? Ich glaub, ich mache zu? Okay, mir ist das hier doch zu doof. Doch zu gefährlich. Fuck! Kommt ihr da direkt? Ach mein Gott, ich wollte da gerade weggehen. Ja, der wieder war Gläs an der Wand. Geht da nicht dran. Ich glaub, der hat die Wand jetzt gesprengt. Guck rechts. Guck rechts. Links. Die kommen da jetzt links in der Wand, wo du eben hingeguckt hast, Savvy. No, ist weg, 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 weg. Da ist Savvy. Guck mich, guck mich, guck mich, weg, Savvy. Das Gläs. Oh, da oben ist jemand. Ja. Okay, jetzt guck da wieder hin. Jetzt guck mal wieder. Okay, guck wieder weg, guck wieder weg. Jetzt wieder hingucken. Das war dein Teammate. Das war hinter dir. Ach Savvy, nicht gucken. Da ist Gläs. Das ist Sniper. Nicht mit dem Rücken dahin stehen. Dreh dich um, dreh dich um. Nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken. Bleib zu stehen. Jetzt guck wieder, guck wieder. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Nicht, Glass aim dahin, nicht gucken. Nicht gucken, nicht gucken. Magazin wird geladen. Nicht gucken, Savvy. Nicht mehr dahin gucken. Scheiße, Granaten haben wir, keiner. Guck hin, ja. Er kommt. Nein. Ich bin so so tot. Wie, wie hat der? Ja, der hat da um die Ecke geguckt. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindert. Ein Gegner verbleibt. Sicherung des Biogefahrgut beendet. Wo ist der letzte? Heils Maul! Shut up! Scheiße. Wo können wir die sehen? Ja. Drücke 5, aber das bringt ja nichts. Schauen wir jetzt hier. Stay still. Ja! Nice. GG, man. Ja, und damit habe ich die Tachanka Mission auch geschafft. Wer ist stehen geblieben? Ja, warum ist er stehen geblieben? Keine Ahnung. Comeback Sieg! Yeah! So, und jetzt verabfühle ich mich dann. Diese Folge lade ich hoch. Tschüss! Ciao!